Ja, weil du dann die ganze Zeit nur noch durchschießen kannst und das ist mir zu akademäßig. Ich will wenigstens noch ab und zu mal nachladen. Aha, habt ihr gehört? Der Typ will nachladen. Ja, ich will nachladen. Vielleicht sollte ich mal die Waffe, die ich am meisten benutze, jetzt in Zukunft, mal hier Muni kaufen, dass ich mir Muni tragen kann mit der... Und... Scheiße. Ich wollte ja eigentlich meine Waffen aufrüsten. Naja, habe ich ja in gewissem Maße getan. Ninja! 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 Ja, da ist Ninja. Wo? Was? Der hat das überlebt? Ja. Wurde nicht. Äh, ich sehe da unten was. Im Boden. Ach, du bist auch tot? Nö. Nein. Der Ninja. Wow! Bam! Hauptsache episch. Warte mal, wenn sich der... Ne, den Ninja oder? Na komm, du bist wichtiger. Ach, wie nett. Schmeckt das! Schmeckt das! Volltreffer! Schmeckt das! Schmeckt das! Schmeckt das! Schmeckt das hier! Der lebt noch? Wie kann der das überleben? Das ist ein Ninja, okay? Jetzt ist er tot. Schmeckt das hier, okay? Ja. Aha. Tausend Meter vom... Ganz ehrlich? Vom Stockwerk, was? Den kenne ich noch gar nicht. Seit wann haben denn die... Motorrä... Äh? Hey, was soll das? Ich wollte den eigentlich in der Garage jetzt abstellen. Naja. Äh. Au! Ja. Das sah jetzt sehr komisch an. Ja. Ich hab mir vom Partner genutzt. Partner, geh weg, komm. Schmeckt. Mhm. Hm. Wichtig. Och, den kann man ja gar nicht... ...tunen. Joa. Okay, was wollen wir als nächstes machen? Weiß ich nicht. Au. 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 Hä? Ich war grad auf hier. Egal. Zumal, als nächstes nehmen wir uns jetzt die nächste Gegend vor. Wir machen jetzt Aktivitäten, mein Freund. Ja? Hast du das? Ja, ich werde jetzt ein bisschen erobern. Okay, okay, okay. Weiß mal, wenn ich auf der Karte angucken muss, was wir... Dann müssen wir jetzt hier ab zum Professor Genki. Yeah. Da haben wir wohl ein kleines Problem. Los, Panzer, los! Hm, hm, hm. 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 Huuu. Hm, hm, hm. Guck mal, schafft er trotzdem. Hä? Was ist mit dem Motorrad passiert? Das, äh, besteht ja fast nur noch aus der Grundwille. Äh, Panzer, Hilfe! Oh Gott! Ähm, hinter dir ist ein Flugzeug, ja. Sehr schön. Sieht aus, ob du mir gerade eine Dusche geben. Ja, das ist Genox, 89.0. Das ist ein later. Oh Gott! Bittesch! Oh, mein Gott. Wir sind in der Verbot-Solo-Usehn, oder was? Oh, was? Ha, 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 ha! Ups! Mascot's Get Shot in the Face, Zack! Right, you are Bobby! Today's Contestant knows all about shooting people in the face. Ups! Ooh! Fucky! Oh, natürlich! Ethical. Ah! Peng, peng, peng! Och! Was ist denn los? die arena schon offen ja wir sind wohl gut oh ne die plänen das ist ein guter hua ja dann ja dann nehmig neun hua hm 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 das ist das ist doch nicht wahr also überall wo ich durchführen werde ich gegrillt gebrutzelt ge- frittieren ja ja man herrn h чтобы Oh, Hunters? Ah, äh, die bin ich verpackt oder so? Ach du Gott, Arte, 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 Arte! Och, Mann! Ach so, das sind deine! Äh, kann das mal erst verpacken? Kann sein. Kannste mal Prokka, Hunters! Das ist nur noch die fetten hier! Okay, lass uns mal hier eine Düse machen. Ich bin alle 500 für Skate, Junge. Och, Mann, es wären noch 500 Punkte gewesen. Hm. 500, Geld! Einer von denen bringt 500? Ja. Wusste ich gar nicht. Gifte Panos! Kabana? Bonus! Ich will ein 64-Bit-System haben, mein Gott! Was? 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 Oh, oh, oh! Ah, da muss der erst mal beten! Ah, ok! Wann erbrennen? Ah, wo... Komm her! Hier! Du darfst die... Naruto! Yeah! Zeig noch einmal Mittelfinger zu mir! Meiner schlägt wie ein Mädchen, guck mal, du bist tot! Los weg mit dem Schwert von mir. Aua. Ey, mein Panzer. Guck mal. Mein Charakter steht auch wie ein Mädchen. Ach. Das ist der Witz dabei. Du! Oh, cool. Hm? What do you have against the smooth ride? Oh. Oh, nee. Nicht Vandalismus. Yay! Vandalismus mit dem! Was? Mit dem Panzer? Geil! Ist ja geil. Ist ja geil! Wir haben Panzer bekommen. Ja, weil du den da hattest halt. Ja, das passt. Man sieht das ja einfach. Haha. Willst du hier nicht rein? Nee, mach mal an einem Panzer. Ich gucke mich um das kein Kram. Dann kommst du mir nicht. Wow. Gleich auf die Idee kamen, einfach mal so ein Panzer reinzustellen. Was, was, hä? Du wolltest ja einfach. Komm, wochen wir hin? Irgendwas ist hinter mir. Ach, du, klar. Ha, ich. Und ein Rinderschuss, der mir gerade passt. Halt, stopp. Sohn, nicht. Du auch nicht. Telefonieren ist hier nicht erlaubt, in meiner Gegenwart. Nein! Komm, wo ist weg? Geil. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Alter. Jo. Hier gibt es übrigens Puppen. Und so. Lauf nicht weg. Du, er ist mir. Komm her. Trau dich, jung. Oh, come on, go. Oh, wir haben schon gewonnen. Aber wir haben noch drei Minuten Zeit. Wenn das ja nicht mal jetzt einfach war mit dem Panzer. Ja. Aber ich glaube, du hast es auch einen Raketenwerfer die ganze Zeit, den du einsetzen konntest. Ja gut, aber selbst ein Panzer ist immer noch besser, wenn du das Gegenplan. Ja. Und auch noch schießen. Du hast mir von meiner List muss Aktivitäten freigeschaltet. Sie auf deine Karte nach, wo du sie finden kannst. Hui. Hey. Yeah, ich bin da, wo es die Sexpuppen wiedergibt. Sexpuppen. Willst du die nicht haben? Hab ich doch schon. Oh. Ich hab's geholt, den. Ich bin, glaube ich, mal wieder bereit bei noch den Strukturen meines Charakters. Let's play. Yeah. Das Lied ist wenigstens cool. Ich geh mal zur nächsten Aktivität. Oh, ja. Hm? Hm? Auch nicht besser. Sag Bescheid, wenn du ready bist. Ja, ich hab Bescheid. Hm. 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 Ich liebe diese Waffe. Okay, ich bin... Bereit. Weil ich... Oh. Ah. Da kam's noch an. Ah, wunderschönes Outfit. Was denn? Bin der schwarze Polizist. Boah, ich wollte schon immer mal von Hammer überfahren werden. Wollte schon immer mal mit dem Auto von dir vorbei rasen. Ja, du hast getroffen. Halt meinen Weg! Au. Jetzt kann ich sterben. Jetzt ist mein Lebenszunnel. Boah, war der schnell. Nitro ist so geil in dieser Mission. Und so nützlich. Au. Was müssen wir überhaupt machen? Ähm. Ach, das ist... Hm. Ich bin so voll idiotisch. Hier. Ich dachte mir so die ganze Zeit, wir müssen diese... diese Nutten abholen oder sowas. Nein. Das Auto stand diesmal nur zur Deko da. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du! Ah, au, ah. Hm. Moment mal, warum... Warum sind da Leute, die ich töten muss hier? Hä? Hier sind Leute mit Mezilen. Ah, das ist ne Bandenop... Operation. Ja, dann mach doch. Fuck. Hier war wieder eine Verarsche. Wow. Das kann doch keiner ahnen, dass man da ne Bandenoperation kriegt, Alter. Aua. Ja, ist doch egal, wenn du weg gehst, dann müssen wir mal spielen. Auuuutsch. Aua. Ich hab ein Problem mit der Bandenoperation, aber die Dinger, die Typen töten mich. Ja. Die Typen. Also, brenn ich grad mal eben mit Vollspeed über den Highway weg. Fuck, jetzt hab ich bei den... Aua, jetzt hab ich bei den Sterne quasi. Also nicht wirklich Sterne, aber... Ach, ach, fahr mich! Hm. Au. Ach. Da kommt der nächste Cut. Ja, hoi. Komm her, komm her. Nächster. Nächster. Ja, komm noch. Komm noch. Oh, gestoppert. Voll Adrenalin geladen. In Adrenalin-Modus, höll. Uah! Ja, oh, oh. Nie, i, 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 i. Au, au. Aua. Hey, Macarena. Wie schön, man doch in Adrenalin-Modus fliegt. Boah, auch. Autsch. Über die... Fuß gefahren, der Sack. Über die Wolken. Nee, nee. Fuß. Boah, das sah geil aus. Ich bringe so einmal so... Ausgewichen. Haha. Boah, hallige Scheiße. Ich brauche hier gar keinen Versicherungsbetrug machen. Die machen das schon von alleine. Aua. Boah, als Polizist, ey. Boah, als 2000. Ah, wo kam das denn her? Ah. Hm. Hi. Oh. So, mit einem Auto in diesem Modus, äh, in diesem, in diesem Unfallmodus gibt's nochmal Herberfliegel drauf. Alter, das sieht so geil aus, man. Ich meine, der dreht sich ungefähr zwei oder dreimal.